Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kanal Sennseelung Bau und GWS. Wie der eine oder andere von euch vielleicht schon bemerkt hat, haben wir sehr viele Themen, die wir mittlerweile behandeln. Und ja, das führt ganz schlicht und weg einfach dazu, dass der Kanal themenmäßig betrachtet etwas überladen ist und somit für die meisten von euch höchstwahrscheinlich zu bunt, wie man so schön sagt, zu verwirrend und nicht klar strukturiert ist. Trotz regelmäßiger Uploads. Wir haben, wie ihr hier seht, die Pfade des Wissens, also des Wissenschaftsgebietes. Wir haben das Gaming mit dem Let's Play, wir haben die Kreativprojekte, wo hauptsächlich Hörspiele gemacht werden und rechtssitzend Bild zu sehen, den ganzen paratsychologischen Bereich und das alles auf einem Kanal. Wenn das ein Fernsehkanal im traditionellen Sinne wäre, wie man das von früher kennt, wäre das nicht das Problem. Aber hier auf YouTube verstehen wir natürlich, dass das gerade für euch als Zuschauer sehr verwirrend sein kann, weil die meisten von euch nur eine dieser Spatten eigentlich gerne sehen möchten und der Rest, ja ich sage, wie es ist, einfach uninteressant ist. Und daher haben wir uns zusammengesetzt und beschlossen, dass wir den Kanal in separate, spezialisierte Kanäle aufstellen, sodass jeder von euch, der das spezielle Gebiet haben möchte, dann einen Kanal hat, wo nur genau das kommt und keine andere Sachen, die denjenigen vielleicht nicht interessieren. Und wir hoffen, dass euch das gefällt. Gerne könnt ihr natürlich auch in der Videobeschreibung dann die ganzen Links finden und in den Registerkarten oben werde ich die natürlich auch noch einblenden. Und mich würde natürlich interessieren, ob euch die Idee gefällt, ob ihr das gut findet oder ob ihr es eher schlecht findet. Ich denke, die meisten werden es gut finden, aber seid ruhig ehrlich und schreibt es in die Kommentare rein, wie ihr das findet. Und ich erkläre kurz mal, wie wir das splitten. Unser Hauptkanal wird natürlich bleiben. Er wird das sein, was er davor war, bevor wir als GWS auch gesagt haben, dass wir unsere Paravideos auch öffentlich nun teilen möchten. Und zwar Sensei Lung Bao, so wie es vorher war. Allerdings mit zwei Kerngebieten. Die allgemeine Wissenschaft, die Nichtparasyphologie, Chemie, Biologie, Rechtswissenschaften, Philosophie auch. Das bleibt alles da. Und der kreative Bereich wird vorerst auch noch auf dem Kanal bleiben, weil einfach schon Projekte geplant sind. Wenn die vorbei sind, ist die Überlegung, ob man dann das vielleicht auch noch separat spaltet, so dass Sensei Lung Bao irgendwann der reine Nichtparasyphologische Wissenschaftskanal sein wird. Das ist so der Plan. Und für euch ändert sich bei keinem der Spattenkanäle jetzt etwas. Wir werden nach wie vor denselben Upload-Rhythmus haben, zum selben Datum, dasselbe hochladen. Für euch ändert sich halt nichts, außer dass halt aus einem sehr vollen Kanal nun spezialisierte Kanäle werden. Und deswegen wird auf Sensei Lung Bao, wie es bisher auch war, aller drei Wochen ein Wissenschaftsvideo und ein Kreativitätsvideo im Bereich Hörspiele meistens hochgeladen werden. Das, was wahrscheinlich die größere Community interessieren dürfte, ist halt der paranormale Bereich. Dafür haben wir uns den Kanal GWS Paranormal gesichert. Und unter denen wird halt sowohl die parasyphologischen Untersuchungen als der Praxisteil, als auch natürlich die Theorie, sprich die Geräte und die allgemeine parasyphologische Theorie hier hochgeladen werden. Wie ihr das kennt, aller vier Wochen insgesamt dann ein Video zu jedem Thema. Man könnte also sagen, auf den Kanal selbst kommt aller zwei Wochen ein Upload, immer im Wechsel Praxis und Theorie. Das heißt, in Woche zwei sozusagen Praxisvideo, in Woche vier ein Theorievideo, in Woche sechs wieder ein Praxisvideo, in Woche acht ein Theorievideo und so weiter, sodass wir immer einen schönen Wechsel haben. Also ungefähr zwei Uploads pro Monat. Und der letzte Bereich, den wir erstmal ausgliedern werden, ist The Brain in Game, sprich der Gaming-Bereich mit Let's Play. Und da werden wir aller drei Wochen ein Video hochstellen. Wir befinden uns aktuell im Umbau und wenn ihr unsere, wie man jetzt so schön sagt, Schwesterkanäle anschauen werdet, werdet ihr feststellen, dass wir die dazu passenden Videos gerade dabei sind, nach und nach hochzuladen. Die Kanäle an der Form sind schon richtig eingerichtet. Das heißt, gerne könnt ihr dann, wenn es denn die Sparte ist, die ihr interessiert, auf den entsprechenden Kanal gehen und dort schon mal euer Abo dalassen. Neuen Content findet ihr da zum aktuellen Zeitpunkt. Heute ist der 22. März. Nicht, wir laden erstmal die alten hoch, aber wenn auf dem Kanal, unserem Hauptkanal, hier ein neues Video hochgeladen wird, dann wird parallel natürlich auch auf diesem Spartenkanal ein Video hochgeladen, solange eine Übergangszeit gilt. Bei der GWS werden wir es bis Ende April schaffen, dass alles komplett tutti-frutti eingerichtet ist. Das heißt, bis Ende April wird sowohl auf unserem Hauptkanal als auch auf dem GWS Paranormal Kanal immer jeweils dieselben Videos zur selben Zeit hochgeladen werden. Ab Mai dann aber nur noch auf GWS Paranormal. Wer sich also dafür interessiert, den würden wir spätestens bitten, ab Mai auf den Kanal zu wechseln. Für alle Leute, die das Gaming interessiert, ist die Übergangszeit ein bisschen länger, weil auch schon viele Videos geschnitten und vorbereitet sind. Da wird der Umzug bis Ende Mai stattfinden. Das heißt, bis Ende Mai wird parallel auf den Hauptkanal und beim Gaming-Kanal The Brain in Game dieselben Videos parallel hochgeladen werden zum selben Zeitpunkt und ab Juni dann nur noch bei The Brain in Game. Deswegen, alle, die das interessiert, würde ich bitten, dass sie dann auf den Kanal wechseln. Wie gesagt, gerne könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet, ob ihr es schön findet, dass der Kanal oder dass man jetzt dazu hingeht, sagt man macht spezialisierte Kanäle oder sagt, boah, mich fand ich eigentlich ganz toll und würde mich mal einfach interessieren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das ein guter Schritt ist, der euch auch gefallen wird und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt sage ich viel Spaß, egal wo ihr schaut. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ciao!